Ich heiße Rebekka Hoffmann, ich komme von Harmson in Aargau. Wie alt bist du? 15 Jahre alt. Ja. Ich singe, das ist mein Talent. Und ich spiele dazu, an dem ich aufzeite spiele Gitarre. Beim Auftreten ist es für mich einfacher mit der Gitarre, weil wenn ich nichts habe, kein Instrument, dann stehe ich so da und bin einfach nur ich. Und man achtet auf mich und bin ich da zu stehen. Und das ist recht schwer für mich. Mein Vater ist sehr musikalisch, also er spielt ganz viele Instrumente. Und dann habe ich schon immer gesungen. Irgendwann hat es dann angefangen, einigermaßen gut zu tun. Ich weiss nicht, was ich für das Feedback bekomme. Ich bin gespannt auf das von Schirberg S. Ich glaube, dass er am wenigsten mit der Musik in Kontakt gekommen ist. Und dann nimmt es mich Wunder von ihm, was er denkt. Wir haben einenLeft Foto. Vielen Dank.